Wie alt waren Sie da? Meine Aufgabe ist hier. Ich gehe nicht weg. Und das wissen Sie doch ganz genau. Fangen Sie an. Ihr Leben. Das ist ein Stoff. Zu viele Zigaretten. Ja, das sagt der Arzt auch. Ja, Sie haben Angst vor dem Leben da draußen. Irgendwann, ich weiß nicht, wann es passiert ist, klappt. Die Fall ist zugeschnappt. Hören Sie auf mit diesen Dummheiten. Sie haben sich hier verkrochen. Vertraue und ממ�en. Untertitelung des ZDF, 2020